Hallo Leute, hier ist wieder Sebastian bei BastiTV, der Kanal nicht für Kinder, also alle unter 13, ihr wisst schon, abschalten. Yo, heute ist der dritte Teil vom Daily Vlog und ja, heute haben wir eigentlich nicht so Besonderes vor, heute ist eher so der schillige Tag und ja, wir werden jetzt ein bisschen schwimmen gehen, vielleicht danach gehen wir ein bisschen so den Ort erkunden und so und ja, kommt auf jeden Fall mit. So Leute, wir gehen jetzt zum Schwimmbad und schwimmen da so ein bisschen, ich habe jetzt schon meine Badehose an und ja, wir haben eine GoPro am Start, die ist da, hier, wir sollten da tauchen und ja, viel Spaß. So Leute, das ist das Schwimmbad und ich nehme euch jetzt mit. Das waren jetzt die Unterwasseraufnahmen und bis später. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem verbrannten Lost Place und hier habe ich eine BastiTV-Cabby auf, die ist natürlich in unserem Shop, könnt ihr mal vielleicht vorbeischauen. Und ja, wir gehen jetzt zum Lost Place. Oha, da ist ja gar nichts mehr übrig. Alles verbrannt. Hat denn mal jemand gewohnt oder? Jetzt. Da sind noch ein paar Reste vom Haus. So ein bisschen. Also das. Oh, hi Pflanzenmensch. Da hat wohl auch die Käppi bestellt. Na, der hast du... Gib mal die Brille, gib mir die Brille. Na, ich habe einen neuen Freund hier gefunden. Da, das ist der Pflanzenmensch. Ich glaube, hier ist es so ein bisschen Lost Place, weil hier keiner ist. Wir sind komplett alleine. Naja, manchmal fahren ein paar Autos durch. Aber... Laufen hier Menschen? Nee. Bisschen langweilig ist es schon, oder? Ja. Tschüss, necke sie geht. Ja. Hi. Komm, wir sind gleich oben. Was gleich oben? Guck doch mal, wie hoch das da noch ist. Hoch. Alle. Oder? So Leute, wir gehen jetzt wieder zum Campingplatz und ich grüße nochmal. Mal drei Leute und zwar Potter unterstich LB, Johanna Gräfin von Deta Püffel. Das ist unsere Gewinnerin, die hat so ein T-Shirt von uns gewonnen. Dann A-Fan-Welt A, glaube ich, heißt sie. Ähm, und ja, die drei Kugel-Gesicht, abonniert gerne bei diesen Kanälen und ja, dann gehen wir zurück zu unserem Campingplatz. So Leute, wir sind jetzt hier vor dem brennenden Haus nochmal, also was gebrannt hat und ja, auf jeden Fall ist jetzt unsere kleine Stadttour, kleine, jetzt zu Ende. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, kein Dislike, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und dann würde ich mal sagen, guckt bei meinem Shop vorbei und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es unten in die Kommis und schreibt, ich will gegrüßt werden. Und ja, dann sage ich mal, tschüssi Leute! Bis zum nächsten Mal, tschüssi Leute!